Jo. Huuu. Haha. Bis er sich wirklich mal verläuft. Hm? Bis er sich wirklich mal extremst verläuft. Vor allem mit ihm habe ich, habe ich Kampf, äh, erstes Schlag einfach, weil... Genau deswegen. The man with the machine gun, sag ich dazu nur. Where are you going? Ja, ja, ich weiß, ich kriege ein Fragment. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, hier war wieder eine Truhe mit Easter Egg-Geld drin. Wahrscheinlich, glaube ich. Ist halt blöd, wenn man die schon alle aufgemacht hat, aber ich wollte halt nicht komplett von Null anfangen. Ich könnte jetzt hier noch mal ins Chaos-Gate rein. Rules disabled, Skills enabled. Great Forest Gateway. Ich gehe aber Spaßshalve mal rein. Gibt es eine Bonus-Line? Da kann ich nicht gucken. Moment, erst mal. Phantasma Harlequin. Erst mal Kefka aufs Maul hauen. Äh, bin ich noch... Bin ich noch Level? Ich bin noch. Hm. Allerdings, je niedriger mein Level ist, desto besser... Äh, Höhe... Äh, pff. Wieso wenige brauche ich für der HP-Chance, verdammt. Nimm das. Erstschlag. Einfach nur. Einfach nur. Einfach nur Erstschlag. lại-Nimm das. Ich 없이 realism. kommentary Operation Gabriellequып succeed. Aber ich krieg's ja nicht geschissen. Schiss miami viel spoons eingenommen. um was immer noch keines Erddingens sind noch keine noch keine Achtung jetzt sind Achtung aus die 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 das ist das das war das hätte ein laser alle kindes desire 4 ap missile barrage gemeistert könnte ich müsse bereits eigentlich durch homing bazooka mal ersetzen man weiß ja nicht ob man was lernt ich meine es gibt es einen ganz gewissen charakter der lernt kombi abilities der nennt sich cloud missile barrage kann ich überhaupt ausrüsten ja könnte ich sogar homing bazooka fire homing torpedoes fox ich hab jetzt auf unten was war unten vorher vergessen pummel müsse barrage was ich eh nicht genutzt hat doch habe ich genutzt das war das ist weil ich auch mit das mache ich auch eine bazooka dachte ich wo der war die spiegel naja ich wollte ja hier rein nach es gibt aber keine bonus leihen das ist und gibt es eine nähe das würde ja vorher dort stehen stecken warum wir sind ja das war so 08 15 sein habe ich schon wieder verirrt will ich am ende vielleicht sogar allein sein super leid score perfektes timing lass uns gemeinsam reisen ich ziehe das alleine durch ich kann dir helfen bis wir draußen sind ja es ist charakter so wie kann ich am besten abstauben eigentlich wenn ich hier eine multichain nutze ne fuck kann ich nicht irgendwie alle triggern ne anscheinend nicht doch so kriege ich alle jetzt multichain tränzend jährige gegen mich selbst allo auf die in der herr er der ld der erster messe auf 8 stört einfach du hast dich in die Schilder ich versuche deinen Satz zu vollenden BAM Blast Bombs away wieso muss ich den mehrmals blocken das frage ich mich bei ihm nur weil er Fernkampf ist muss ich ihn mehrmals blocken oder was das die Flüsse Bombs away aber ist doch die haben doch hier das war der homing bazooka die geht nach und das ist ein angriff nach unten okay gut zu gut zu wissen ja schön das direkt rein gespawnt du jetzt habe ich dich nicht mehr lieb da hat er nicht mal geblockt bomso will das bricht das bricht mein blog ich hab zuerst gerne gemacht gerne um und so reihe dankeschön stürmer torx über 68 übernommen kapier wurde das war also es hat auf jeden fall kürzer als minu gedauert das schönen kürzelt oder am das ist ja richtig ein kapitel mal ein paar Euro Uhr will gegen Leitling Mock die nette zu werden Prozent Mauer ich kann mit Briebry nicht sehen hat die nicht gerade Mädels mag ich nicht mehr schon mal gesagt Alright Fight me Ja ist gut Octopus Inc Haha Bombs away! Bombs away! Bombs away! Ha! Null! Autosupport! Wat? Dankeschön! Wollt schon sagen Don't like this! Let's go, yeah! Victory! Let's go for the next one! Jawoll! Ich brauche hohe Klatschen! Erfirmbebüte Vision! Das war Cloud of Darkness, glaube ich. Nein, wenn ich mich richtig erinnere. Nein! Stimmt! Ich bitte einen Trend! Stimmt, der hat ja... Na, hätte ich schön blocken können. Bam! Ich habe schon mal weh, dass das neue Chasen scheiße ist! Das ist schon so offen, weil es scheiße ist! Was? 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 Warum fehlt dir eigentlich ein Stück vom Leben? Ähm... Weil vor uns Lightning nicht doch gekriegt hat. Ähm... Du! Blöde! Drecksau! Der Move ist irgendwie für'n Arsch! Okay, gut, nicht ganz für'n Arsch, aber so halb! Get um! So! Muss ich nur wieder... Bombs away! Voll verfassen! Ah, wie kann ich noch mal eine Assist... Assist machen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. War das R plus Dreieck? Na, ist es nicht now! Let's go for the next one! Ha, Laundry Postel! Ich sag' es nur die! Er kann kein Move bei dem Ripostel wirklich hilfreich wär' er. Didiit! Didiit! Oder war... Ich weiß gleich einmal, was war Ripostel nochmal? Ach ja, das war, glaub' ich wenn ich block' das irgendwie direkt Konten kann oder sowas... Ah, Delusory Dragoon... einmal gegen... Kane... Mannekin... Dingens... Ach nein, das ist so einer! Ich hab nur eine RP und bin dafür immer stark! Aura. Oh shit. Nicht Aura. Oh fuck, jetzt bin ich... Nein, 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 nein. Nein. Ich hasse Jump. Jump ist so... Jump ist so scheiße unberechenbar, ne? Alter, du bist so. Und Aura. Dum, 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 dum. Ja, das war... Das war ja genau. Ich erinnere mich. Kane war ja Mr. Hey, ich spamme ein HP-Tag. Scheiß auf den KP-Bonus. Äh, AP-Bonus ernsthaft. Ich hasse diese... Ja, echt, ich erinnere mich wieder, die goldenen Gegner waren diese... Hey, ich hab zwar noch ein HP, aber bin dafür im Baup... Äh, ein HP-Bin aber für im Baupunkt. Das war... Das waren die Drogengegner. Drogen. Treasure chest, Geld. Ja, welches Item da drin schon hab. Wie gesagt, ich war ja hier schon. Hallo, Squall. Mensch. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Wow. Wow, was für ein Dialog. Das kommen wir sind im Übrigen schon fertig. Das war's schon. Ich merk' grad, ich hab ziemlich viel KP. Ich könnte die mal ausgeben, wenn ich einen Mogri finde. Wenn. Ja, wenn. Das ist das Problem. Muss ich dir eigentlich lang? Ja, ne schöne Map. Sag mal, wenn ich ruhig langen muss. Egal. Da drüben ist ne Tür. Da hin. Da komm ich nicht lang. Da ist Wasser. Ich kann nicht schwimmen. Obwohl du... Laguna hast. Ha, ha, ha. Ich häng' glücklaufer. Der war gut, ne? Ach, genau, dass man diese komischen Fragment-Dings sieht, wo ich vier sammeln muss, um dann meistens ein Chain-Item zu bekommen. Frail Power of the Dead dwells. Schwache Kraft der Toten macht irgendwas. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Noch eins. Another one right here. Gewehr. Zwei. Und noch eins. Und noch eins. Und Gegner. Faint Light. Ja, hier. Laguna, was machst du denn noch hier? Hast du dich schon wieder verlaufen? Musst du gerade sagen. Du hast dich drauf verlaufen, sonst wärst du nicht hier. Hast du was zu überlegen? Aber egal. Weißt du, bis zurück zum Century geht? Na klar. Diesmal verlaufe ich mich bestimmt nicht. Mir nachwarnen. Es ist Charaktergain. Tatsache, da ist auch ein Moment. Dann laufe ich nochmal an. Ja, wenn das Alken mal... Warn, komm mal hier rüber. Ich würde dich gerne mal anlaufen. Und ich leuchte mit dem grünen. Das keine Extratur ist. Das ist auch nicht. Und es ist längst da sein können. Lieber den Umweg als Gateway ist voller Menikens. Meine Meinung. Was soll das für Phasen davon, einen Fluchtdruck zu sichern? Das habe ich doch. Nur nicht für uns, sondern für Leid. Sonst noch was? Was ist denn mit unserem Fluchtweg? Nicht, dass ich was erwartet hätte, aber... Gott, war nur ein bisschen Arsch. Lass halt den Hamm-Laguna in Ruhe, der kann auch nicht nur für. Guck mal. Moment. Ja. Na, guck mal, was ich verdrehen, was ich diesmal bekomme. Wahrscheinlich... Ne Multichain wäre mein eigentlich am liebsten. Braids Radiant. Das ist noch mal. Das ist noch mal nichts. Der Mann, wie auch sie wie eine Frau. Leider. Ah, ich erinnere mich an diesen wundervollen Dialog. Capricious Reaper, was? Diese wundervolle Dialog. Aber ein Mann gesehen, er sah sehr weiblich aus. Leer Star, böser Move. Bom the way. Das ist natürlich gut, wenn man solche Moves macht. Ich glaube schon. Oder es lenkt automatisch, wenn es lang genug fliegt. Schade. Und konnte den viel nicht länger genießen. You just got around. Jetzt, lasst uns den nächsten Mal. Guck mal, vielleicht kann ich mit der Reposte doch was anfangen. Vielleicht. Okay, gut, im Shop kann ich gerade eh nichts machen. Du willst gar nicht wissen, wie lange wir schon kaufen. Noch nicht all so lange, wahrscheinlich. Ah, Boost Critical Hitrate when attacking Stalking Opponents. Ach, das war's. Dann ist Reposte ja doch ziemlich gut. Aber wie war das? Ich glaube... Hm? Ja, ist auch ziemlich teuer. Aber wie war es? Gab es da nicht so... Ich glaube, gegen Reposte gab es doch auch Anti-Reposte oder sowas, ne? Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ja! Gib mir ein ít sin! Mustang Ghosts. Jawohl! Nacht Rest spiel es ist ein spiel gibt es den Mugel Tiki an Tiki an jetzt auch wirklich was kaufen wo dafür kann ich nämlich nicht gebrauchen Flankton mein Gott H-Masher dass er überhaupt Nahkampfwaffen tragen kann mit Schmacher Flamberg der zwei Händler es ist ein ein Händler es ist ein zwei Händler um mal den Gag aus dem ersten LP zurückzuholen das ist ein zwei Händler es ist ein ein Händler es ist ein zwei Händler physical damage plus 3% net winged helm, flameland tomahawk tomahawk man richtig, hier kann ich auch mega-sister open and bravery half for a short time base bravery half was? ok the relation longer than auto demon war bravery shield for a time oh ja oh ja die demon oh ja die demon war ist so böser bravery shield und das lustige ist das shieldet auch gegen Dingens sag schnell hp text also dein hp geht dann nicht auf null während das ding aktiv ist glaube ich äh deine brave was? kyle cabrina was ist das für ein Ding? kennst du es auch wenn du uns brauche ähm Frage was sollte mir das bringen? was ist das für ein Arsch? für ein Arsch das kostet 120 kp soll es noch wünschen? die demon war nehme ich mir mal mit das klingt gut ja race bringt mir noch nix weil ich noch keine Teamkameraden hab kuraga fully recover entire das nehme ich mir mal mit kp switch achso das war siegbedingungen ändern jump multichain hätte ich auch ganz gern noch ja ich kann nur eins kaufen weil dann meine inventar voll ist glaube ich ne das kann ich nur einzeln kaufen so war das irgendwie noch nur multi oh jump ja scheiß auf jump chain so jetzt hätte ich ganz gern noch ach fuck jetzt hab ich kein mhm dat dat hab ich vergessen kappt jetzt kann er alles nicht tragen mensch but but i want die zweite zwei händler da sind ein na egal ist wurscht dann halt ich komme ich komme wieder i'll be back knarre habe ich schon es fehlt mir nur noch der Terminator Look die Sonnenbrille und die kurzen Haare und die Liederjacke war ja noch irgendwas nee na dann auf ins nächste story bonus leiden level 6 ähm meine level 4 nicht sterben das sagt gerade die richtige schwing gateway to decay was ich glaube ich zu decay der olle drachen fuchs ich stehe dir bei der Guna fühl dich wie auf einer Luftschiff kreisfahrt danke wahn das hilft mir wirklich sehr aber keine Bruchladung fabrizieren okay ja es ist gott mit L und kreis ach so ging's 8 stimmig der Bonus KT wenn ich unter die Bonuslein gehe was wirst du die Orientierung von nein Quatsch natürlich nicht du solltest mir mehr vertrauen wollen hätte mich jedenfalls nicht gewonnen Gott der Sack nichts neues so hier kann ich glaube ich ich glaube ja da kann ich vier Stück kaputt machen oh ich kann nicht zählen fünf du kannst alle kaputt machen ja fünf halt sechs oh ich kann echt nicht zählen nein